Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer Runde Twice mit dem Robert. Hallo, ich bin der Robert und mindestens genauso gut gelaunt wie der Commander. In der letzten Runde war der Robert ja ein bisschen pisst, als ich mich da so schön saftig ins Ziel geschossen habe. War das in der letzten oder nicht sogar noch? Das war in der letzten Folge. Naja, stimmt, ich habe dem Stream gesagt, dass wir miteinander reden müssen. Ja, genau, da kam ein Stream, hat auf der Arbeit den Stream aufgemacht und hat dann mir erstmal einen Vorwurf gemacht, so, ey, Alter, was bist du für ein Arschloch? Ja, weil ich ja, wo, ich wusste ja nicht, dass du erst wirklich über das komplette Hindernis dich so geil reinschießen, ne? Ja, ja, ja. Ich meine, ich hoffe, du hast jetzt in der Woche gearbeitet, weil ich war ja nicht da, ich war ja in Berlin. Ja. Ja, war ja für 8888 Poker war ich ja in, äh, in, 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 in Wien, habe ich gesagt, in Berlin. In Berlin, ne, du hast Berlin gesagt, glaube ich. Ja, okay. War ich in Berlin, habe dort, äh, man, was war ich einfach mal, einfach mal, einfach mal ganz easy hier, einfach mal ganz easy, die, den, die erste Runde gewonnen. Bist du, bist du nicht mehr über das erste Hindernis? Doch, ich komme hier gerade überhaupt nicht. Warum nicht? Ich komme hier einfach zurück. Guck mal, geht doch. Es kann sogar einfach sein, ne? Ich gebiete auch twice Coaching, aber es war auf jeden Fall geil, wir haben mit Nathalie Hof, nein, und dem Jeff, äh, dem Streamer Jeff, wirklich eine Menge Spaß gehabt, äh, äh, ich glaub, die auch mal mal leckt oder so bestimmt. Hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht, erstes DNF von Roberts und, äh, hat richtig, richtig Spock gemacht, es wird auf jeden Fall auch so Pokermäßig noch ein bisschen mehr von mir kommen, glaube ich, habe ich zumindest vor, aber, aber, ich bin jetzt am Wochenende, 13. 14. Januar, safe today, liebe Freunde, dort bin ich im Casino Duisburg, dort wo ich damals, in meiner Hood, in meiner Hood ist der, in Roberts Hood, mit, denn dort habt ihr die Möglichkeit, FIFA 18 zu spielen, für einen Tausender. Ihr könnt dort 1000 Euro gewinnen, im Casino Duisburg, relativ einfach, ihr müsst nur vorbeikommen, müsst ein bisschen FIFA spielen, müsst ein bisschen gewinnen, und, äh, ja, richtig geil, auf jeden Fall sehr schön. Robert, muss ihr euch arbeiten an dem Tag? Ich muss an beiden Tagen arbeiten, ihr müsst, äh, beide Tage Zeit haben, am 13. und am 14. Ihr müsst euch am 13. qualifizieren, am 14. ist, dann, geht's dann halt um die Kohle, nachdem ihr euch, äh, am ersten Tag erfolgreich qualifiziert habt, ihr dürft euch auch unendlich mal, äh, qualifizieren, ja, ohne, dass ihr jetzt irgendwie unendlich mal, äh, weiß nicht, irgendeine Gebühr zahlen müsst, oder so. Nein, so ist es nicht. Also, grundsätzlich, erster Punkt, ihr müsst 5 Euro Eintritt bezahlen. Das ist ein normaler Standardpreis, den jeder andere im Casino auch bezahlen muss. Ich habe aber jetzt für euch mal einen kleinen geilen Hinweis. Wenn ihr dort sagt, dass ihr für das FIFA-Turnier, äh, eingeschrieben seid, dann kriegt ihr so einen 5 Euro Wertgutschein. Mit dem Wertgutschein könnt ihr dann am, äh, äh, entweder oben im klassischen Spiel, also sprich, da, wo ich dann arbeite. Theoretisch könnt ihr mich da auch sehen. Roulette, Blackjack oder so, ähm, könnt ihr den einlösen, da kriegt ihr dann so einen Wertguton. Oder ihr müsst den am Automaten eingeben. Und das Besondere am Automaten, glaube ich, weiß nicht, wie es ist, ich möchte den Robert da auch nicht jetzt irgendwie zu einer Aussage tätigen. Ähm, Automaten, da kenne ich mich halt nicht ganz so gut aus, aber frag mal. Ne, du, du bist ruhig dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Nämlich, man schiebt die einfach in den Automaten rein, drückt dann auf Auszahlen und, äh, hat dann wieder die 5 Euro wieder und kann sich die an der Kasse auszahlen lassen. Ich glaube, das kann gehen. Also, wer jetzt sagt, irgendwie, tralala. Soll ich eine Aussage dazu tätigen? Tätig gemacht. Bitte? Äh, ne, das geht nicht. Das ist genauso wie mit dem, äh, Glückschein, der muss, also ihr könnt den, ich sag euch mal, ihr könnt den auf eine einfache Chance, auf Rot oder Schwarz setzen, sag ich jetzt mal, oder im Blackjack auf eine Box. Und wenn ihr die gewonnen habt, dann kriegt ihr echte 5 Euro. Ja? Die könnt ihr dann auch sofort auszahlen lassen. Ihr habt sozusagen ein Freispiel, aber ihr könnt nicht diesen 5 Euro-Jouton oder das Ticket jetzt 1 zu 1 sofort sagen, ja, ich möchte meine 5 Euro zurück. Ihr müsst die eher spielen oder verspielen. Die müssen gespielt haben. Das Spiel muss mal gespielt haben. So, darum geht's. Ja gut, also haben wir das auch weg. So, das ganze Saison am 13. findet die Qualifikationsrunde statt. Angenommen, ihr kommt da jetzt mit eurem Kollegen hin, ähm, was ich euch auch rate, schnappt euch die 2, 3 Freunde, dann macht das Ganze auch ein bisschen mehr Spaß. Kommt dann dorthin. Ich werde auch an beiden Tagen dort sein. Können auch gegeneinander zocken, ne? Von 15 Uhr bis 0 Uhr. Und dann werdet ihr wahrscheinlich, zwinker, zwinker, die Quali schon mal gegen einen eurer Kumpel spielen lassen. Deiner Tipp, es wäre dann sinnvoll, wenn der schwächere Kumpel gewinnt. Hust, hust. So. Damit der schon mal... Damit einer schon mal safe ist. Und dann, der Kumpel darf dann nicht mehr spielen. Aber ihr dürft dann noch spielen. So, und dann müsst ihr nur noch die Qualifikation schaffen. Ich weiß nicht, ob das so viel cleverer ist. Ja, ob nicht. Naja, auf jeden Fall gespielt werden normale Teams. Ich muss dazu sagen, ich muss mich noch mit dem Casino Duisburg absprechen, ob wir Nationalmannschaften und so zulassen. Auf jeden Fall wird da nichts zusätzliches freigeschalten. Das steht noch nicht fest. Das wird spontan entschieden. Weil, letztendlich hast du entweder nur Real gegen Barcelona, Real gegen Barcelona, man nimmt einer München, man nimmt einer PSG. Oder du hast halt noch Frankreich mit drin, weißt du? Das ist halt so, was willst du haben? Was würdest du ihnen sagen? Ich würde die Wahl komplett offen lassen. Bin ich nämlich auch irgendwie schuld. Du hast einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Und letztendlich... Weil im Prinzip sind, glaube ich, die Vereine immer noch besser als die internationalen Mannschaften. Und da ist das relativ irrelevant, glaube ich. Ich glaube, die Runde gewinnst du saftig. Nee, ich bin ja noch nicht am Ziel, von daher. Ja, aber ich komme mir nicht drüber. Meinst du hier hin, wird es besser? Ja. Für mich auf jeden Fall, aber ich komme nicht hin. So. Ihr müsst nur eine Runde gewinnen. Und danach dürft ihr auch nicht mehr spielen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ich spiele dann nochmal gegen meinen Kumpel und lasst ihn dann gewinnen. Sondern wer gewonnen hat, darf an dem 13 nicht mehr spielen. Jeder, der verloren hat und noch nicht qualifiziert hat, sofern noch Zeit ist und nicht noch eine Milliarde andere Spieler, die noch nicht gespielt haben, vor ihm sind, darf der so oft teilnehmen, bis er sich qualifiziert hat, oder die Zeit vorbei ist. Also sprich bis 0 Uhr. Gespielt wird am ersten Tag, genau. Gespielt wird am ersten Tag bis 0 Uhr. Jawohl, ehrenhaft, ohne reinzuschießen. Hallo. Ehrenhaft? Nein. Da wird nicht lang geschnattert. Das ist halt eine dreckige. Muss doch die Aufnahme mal ein bisschen verkürzen. Da wird ja noch nicht mal versucht. Weißt du, ist ja nicht so, als ob du nicht noch Zeit gehabt hättest. Genau. Ich juck deine Ehre gar nicht. Was für Ehre. Ja, richtig. Ich wollte mich auch nur gerade fragen, was für eine Ehre bei dir. So, auf jeden Fall, vielleicht müsst ihr auch dann mal die Qualifikation gegen mich spielen. So. Ich gegen mich nicht. Ich muss richtig arbeiten, im Gegensatz zum Krieger. Genau, aber wenn ihr lieb seid, gehen wir mal hoch zum Robert. Ich glaube, das lässt sich da mal einrichten. Ja, ich weiß zwar noch nicht, wo ich an dem Tag eingeteilt werde. Ob im Roulette, Blackjack oder Poker, man weiß es nicht. Oh, ganz vielleicht, keine Ahnung, kann ich mir auch vorstellen. Helfe ich euch sogar bei der Turnierverwaltung da. Echt? Ja, ich habe schon mal gehört, welcher Flormen dazu eingeteilt wird. Und, ja, keine Ahnung, kann durchaus sein, dass ich auch dann da, ja, gebeten werde, damit zu helfen. Schauen wir mal. Ich kann es nicht sagen. Das muss halt das Casino entschönen. Da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, aber auf jeden Fall wird Robert da sein. Und wir werden uns da auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Und Spaß macht. Darum geht es. Wenn ihr euch dann qualifiziert habt, könnt ihr, wenn ihr wollt, auch direkt wieder nach Hause fahren und die Weekend League durchsuchten und euch vorbereiten für den nächsten Tag. Denn dort geht es am 14. Ja. Um 15 Uhr wieder los und dort wird dann ein Knockout-Turnier gespielt. Jetzt kann man sich sagen, warum wird denn überhaupt, warum wird man überhaupt da zwei Tage reingebeten? Ist es das, warum wird das gemacht? Einfach, damit man so ein bisschen Kontrolle darüber hat, wie viele Leute im Final, oder sprich dann am Turniertag, teilnehmen. Denn wir haben nur eine gewisse Anzahl von Spielekonsolen vor Ort. Und ich verrate jetzt nicht, wie viele es sind, aber es ist auf jeden Fall mehr als zwei und mehr als drei. Keine Ahnung, mal gucken, wie viele. Und dementsprechend muss man natürlich auch gucken, dass wenn jetzt da 2000 Leute hinkommen sollten, dann wird es echt hart, dass die Leute alles spielen können. In der Tat. So, deshalb, seid ruhig früh da. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau, es geht halt um 1000 Kröten. Da kann sich auch nicht beschwert werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und so weiter und so fort. So, und dafür haben wir es gemacht, dass auf jeden Fall das Finale vernünftig durchgespielt werden kann, weil wir halt das Ganze schon ausgerechnet haben, wie viele Spiele man in einer Stunde machen kann und, und, und. Das ist halt, ohne Scheiß, ich habe da jetzt insgesamt, würde mal sagen, acht Stunden, acht Stunden, neun Stunden Planung steckt da in so einem Turnierchen drin. Dass das Ganze vernünftig und auch wasserdicht abläuft für euch. Kann doch nicht mal an die Stelle, wo man sich abschießen kann, verdammte Lüge. Lurchkacke, ey. Lurchkacke? Mann. Das ist halt der kleine, feine Unterschied, ne? Kleine, feine Unterschied. Deswegen hast du auch noch Ehre, weil du dich halt hier abschießen kannst. So. Ähm. Das ist auf jeden Fall 13. 14. Der Schnauzer. Freue ich mich auf jeden Fall. Ihr müsst 18 Jahre alt sein, nehmt ein gültiges Ausweisdokument mit, also sprich Personalausweis oder Reisepass. Ihr müsst 18 sein, ihr müsst 5 Euro mit dabei haben und. Personalausweis. Also Ausweisdokument. Kommt nicht im Jogginganzug und nicht in den Flip-Flops. Aber ihr müsst kein Smoking tragen. Genau. So. Dann. In momentan 18 Tagen geht's für mich dann schon wieder nach Thailand. Um LP Massive. Ihr lebt ja dort. Auf Phuket. Und ich werde, ähm, kann ich jetzt auch schon mal sagen, was auch schon fest ist, vom 2. bis zum, äh, jetzt nicht lügen, vom 2. bis zum 8. Februar, werde ich wieder eine Tauch-Safari machen auf der MV Giamani. Die MV Giamani ist ein Tauch-Safari-Boot, was da in Thailand rumfährt. Und da war ich schon mit Robert drauf und hab mir so die ganzen anderen Boote mal angeschaut und das ist einfach das geilste Boot, was da rumfährt. Und die fahren zu den Similand Islands. Similand Islands ist ein Nationalpark, der nur, äh, zu der, zu einer Hälfte des Jahres befahren werden darf. Die andere Hälfte des Jahres ist der, äh, geschlossen. Und diesen Nationalpark, äh, das Besondere daran ist, also jetzt, warum ist das ein Nationalpark? Weil da halt besonders, äh, intakte Korallen sind und die, äh, Thailand, und, äh, die, äh, die myamanische, wie sagt man? Myan, myamarische, glaube ich. Myamarische Regierung gesagt haben, wir wollen das hier ein bisschen, äh, schützen. Vor, vor so vielen Tauchern, wir wollen das, das, das Rift nicht über, über, überlasten. Äh, hat man diesen Nationalpark für eine Saison, oder für die Hälfte der Saison gesperrt. Oder für, für einen Teil des Jahres gesperrt. Und, da durften Robert, als wir da waren, Robert und ich durften dort nicht hin. Da war der gesperrt. Und ich darf jetzt in das Vergnügen kommen, dort tauchen zu gehen. Und werde euch natürlich von dort schöne Videos, äh, machen. Ich werde die Drohne mitnehmen. Äh, ich werde, ich habe ein paar Leute gefragt, ob ich von Massive aus streamen werde. Vielleicht werde ich mal bei Messe vom Stream sein, jetzt einen eigenen Stream zu starten. Äh, dafür ist die Zeit echt ein bisschen knapp. Weil, ich bin zwei Wochen da und davon bin ich von den zwei Wochen, bin ich schon sieben Tage nur auf dem Boot. Und, ich habe auch überlegt, ich bin, ähm, das weiß ich auch noch nicht deine Antwort. Bist du mit auf der Boot? Äh, das weiß ich auch noch nicht. Was für ein Termin war das? 20. bis 28. Ähm, boah. Januar, ne? Ja. Da könnt ihr mich auch treffen, ich will es auch. Also, einen Tag müssten wir auf jeden Fall hinkriegen, ich zumindest. Einen Tag sollte ich hinkriegen. So, wollen wir mal gucken, was wir da so starten können. So, aber erzähl ruhig weiter, Krieger. Sag uns, was liegt dir am Herzen? Dnf, du Ficker. Wie, boah, siehst du das Ziel etwa noch nicht? Kannst du, versuch doch mal, mach doch mal den Adler. Komm, Täubchen. Blick und Sieg. Put, 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 put. Ja, wo ist der gleich Krieger? Ja, da ist er. Boah, das ist aber weit, das ist aber weiterführend. Ja, das war wirklich noch. Ne, äh, ich möchte auf der Boot, äh, natürlich auch so ein bisschen was, äh, mit meinen Tauchvideos erreichen. Aber die Aufrufzahlen sind ja nicht so schlecht. Ähm, zum Beispiel die Giamani. Ich würde ein Werbe-Deal werden, soviel kann ich schon mal euch verraten. Ist das schon fest, ja? Hm, das ist schon fest. Deswegen kann ich das auch so erzählen und kommunizieren. Also, das ist schon sehr geil. Und ich versuche, ich kann es mal erzählen. Dazu wird aber noch ein separates Video kommen. Äh, ich möchte gerne mit euch eine Tauch-Safari machen. Mit meinen Zuschauern. Das heißt, ich möchte gerne schauen, dass, dass wir uns im Jahr 2018 ein Boot chartern. Das heißt, wenn, wenn ihr sagt, ihr habt... Was, dies Jahr noch? Dies Jahr noch. Das soll auf der Boot halt, äh, gemacht, äh, festgelegt werden, dass das, dass das klar geht. Ich glaube, dass wir dafür so um die 10 Taucher brauchen. Wir müssten AUD haben. Das wäre ich so als Voraussetzung, äh, setzen. Und dann, äh, wird es wahrscheinlich... Kann man schon mal so ein bisschen sagen, was ich mir vorstelle. Boah, dieses Knarren geht mir hart auf den Sack gerade, ey. Ja, deswegen bin ich da schnell weggefahren, ne? Also, okay. Ähm, ich stelle mir das Ganze so vor. Eine Tauch-Safari, äh, in Ägypten. Huey-Scholz, also spricht die Süd-Tour, Diepsauf. Ähm, ist nicht wirklich sehr teuer. Also, so eine Tour kostet... Äh, mit einem einigermaßen vernünftigen Boot. Was die ja alle haben. Man! Um die, um die 600, 600, 700 Euro. Und, ähm, plus dann halt... Ist klar, dass du das Ding beim ersten Mal packst, Alter. War ich das erste Mal. Plus dann halt mit, äh, mit Flug irgendwie ist man auf jeden Fall... Mit allem drum und dran ist das Ziel, unter einem Tausender zu sein. Also, sprich mit Verpflegung, mit Unterkunft, mit von mir aus Nightwalks, äh, mit einem Commander-Krieger-Handtuch, äh... Und, äh, auch die Chance bekommt, dann zum Beispiel, äh, den Advance of Water zu machen, als Beispiel. So, das ist mein Ziel, das für, äh... Auf der Boot zumindest schon mal so in, in, in die Richtung, äh, zu bringen. Das fände ich sehr nice. Und ansonsten natürlich, halt, äh, Werbekampagnen bezüglich jeglicher Art. Na, dafür ist die Boot halt... Sehr interessant. So ein Freudiger. Guck mal, wie er sich reinschießt. Ja, Freudiger. Ich hab nur kurz auf die Fehler geachtet. Ja, ja. Ich hab mir gesagt... Du brauchst gar nichts mehr. Nee, pass auf, ich brauchst gar nichts mehr. Nee, nee. Du brauchst gar nichts mehr. Gut. Gar nichts dazu sagen. Gut, alles klar. Ich hab nicht dazu äußern. Dann sag ich nichts. Alternativ kann man auch sagen, okay, komm, wir machen so nochmal Curaçao oder sowas irgendwie, äh, oder Dominikanische Republik, wo man sagt, ey... Ja, Cura, ganz ehrlich, Curaçao fand ich jetzt nicht so... Äh, würde ich, dann würde ich eher... Aber Curaçao, aber Curaçao ist vom, 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 von der, von der, von der Schwierigkeit her, äh, das leichteste zum Tauchen. Dann würde ich aber eher, so, weiß nicht, wie das bei Bonner wäre. Ja, ist, ist ähnlich. Also, es würde sich da jetzt... Deswegen, ich würde, glaube ich, eher sagen Bonner. Ja, aber vom, von der Unterwasserwelt her ist das gleich. Ja, aber die Seite, die Sonnenseite, ist super entscheidend, finde ich. Das ist das, was mir auf Curaçao halt echt ein bisschen auf den Keks gegangen ist, dass du immer, äh, Riff, äh, schattenseitig hattest. Oder er ist schön, der Riff, zumindest. Ja, wobei ich hab auch schon andere Bilder gesehen, ne? Das sieht, wir hatten einfach nur Pech. Teilweise auch Pech mit dem Wetter, ja, das stimmt. Weil wenn Wolke ist, hast du auch keine Sonne, ne? Hab ich schon mal gehört. Äh, danke. Ich kann mich noch erinnern, wie wir dann in das eine, äh, vom Steg aus in das eine Wasser da gegangen sind. Und dass es da an dem Tag so unfassbar am Stürmen war und wir einfach nix gesehen haben und wir einen Nachttauchgang machen wollten. Stell dir mal vor, wir hätten das Nachtraum. Wo die, wo die, wo die, wo die Frau meinte, ja, ja, einfach bis zum Tau und dann in dem Tau folgen. Ja, 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 genau. Und wir haben das Tau noch nicht mal gefunden, weil es einfach so, so heftig war. Du konntest, du konntest dann, also war wie im Fühlinger See. Ach ja, übrigens, ähm, für alle Freunde der, der leichten, lockeren Unterhaltung, äh, es sollen jetzt wieder ein bisschen mehr Videos kommen. Ich, ich habe gemerkt, dass wenn ich mit YouTube so ein bisschen, wenn ich YouTube ein bisschen schleifen lasse, dann mag YouTube mich nicht, ne? YouTube ist da so ein bisschen ne Pussy. Ne Pussy. Das heißt, ich werde jetzt so ein bisschen wieder meinen Upload so ein bisschen ändern. Äh, werde auch so ein bisschen Blödsinn machen, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe jetzt zum Beispiel, da habe ich da mit Robert drüber gesprochen, ich, äh, möchte jetzt ganz gerne, ähm... Was für ein Drecksindernis, oder? Ne, finde ich eigentlich nicht. Ich fand das recht, recht easy. Ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Soll darüber, du Ficker. Du bist so eine Miesgeburt, Junge. Du bist so als erstes darüber, was willst du von mir? Ähm, zum Beispiel werde ich jetzt mal, ich muss so ein bisschen mehr mit der Drohne üben. Dadurch, dass der, dass der, dass der die jetzt zustande gekommen ist, muss ich so ein bisschen mit der Drohne mal üben, äh, um da mal ein bisschen bessere Aufnahmen zu machen. Und werde jetzt... Das ist ja nicht so schlecht, ne? Ja, ja, doch. So, mit der, mit der Dingens bin ich noch nicht zufrieden. What? Keine Ahnung. Wäre ich auf jeden Fall mit der DJI, mit der Mavic, wäre ich ein bisschen filmen. Und werde euch auch so ein bisschen, äh, das, das versuchen zu zeigen. Damit ihr halt, äh, das mitbekommt und vielleicht mir auch Tipps geben könnt. Ne? So ein bisschen, äh, back to YouTube. Ne? So, das, was ich mache, zeige ich euch. Nice. Komm, wir haben mal Würde. Komm, wir haben mal Würde. Ma-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Mach es, tsch-ta-ja-ja. Tja, tsch-ta-ça-ja. Tja, tja, tsch-ta-cha-ja-jah. Tja, tsch-ta- Honey-jah-ja. Tja, tsch-ta-치-ta-ch-tg-t-sieg. Scheiße, Tja, tsa-tja-tsch-ta-tes- efficient. Scheiße, Tja-ta. schaffst du es dann in der nächsten Aufnahme mal einen Tagessieg zu holen. So, dann Twiits Fusion. In der letzten Aufnahme, als ich mich so ehrenhaft in den Ziel geschossen habe, für den Tagessieg, gut, dass du das auch so siehst wie ich. Ja, ich sag ehrenhaft. Als ich den Tagessieg quasi gesichert habe, ich hab gehört, letzten Mal hat man entscheidet immer, hab ich gehört. Ähm, haben wir im letzten Video das Thema gute Twiits angesprochen. Und liebe Freunde, ihr habt mich, äh, überzeugt. Ja, was heißt überzeugt? Ich hab ja, wir haben ja auch Bock. Wir haben ja auch Bock. Ja, es hat ja nicht nur damit zu tun. Es ist halt nicht so ganz einfach, das zu organisieren. Und ich sag mal, ich möchte es probieren. Boah, aber ordentlich hier. Das wird eine ordentliche Map. Da war das eh nicht ganz umsonst. Ja. Ah, shit. Boi. Ach, komm, ey. So, jetzt wird mal mit zwei Hades hier. Fuck. Nein! Scheiße. Die Flatterbremse verkackt. Die gute alte Flatterbremse. Weißt du nicht, was ich meine? Doch. Wischste? Reicht doch. Weißer. 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 hinkommst, ne? Wenn du das Hindernis noch gar nicht kennst. Ist halt wirklich so, ja. Ach, komm. So ein blödes Hindernis eigentlich. Oh, scheiße, Mann. Leck mich. Ich krieg keinen Rhythmus rein. Das ist halt, wenn man, ohne Scheiß, bei diesen Maps ist es halt wirklich ein psychologischer Vorteil, wenn du ein Hindernis vorne bist. Das ist wirklich so. Weil der andere automatisch Spritzpupfst du kommst. So, mhm. Ja, vor allem, wenn die so, die Abstände zwischen den Checkpoints halt nicht ganz so klein sind. Wenn da einfach Zeit bei vergeht, bis du da hinkommst. Wenn die Hindernis so einfach nicht so einfach sind. Wenn die so Perfektionshindernisse. Da greift das Hinterrad, Robert. Da greift das Hinterrad. Bei mir auch. Richtig. Nein, der ist ja Pisser schon wieder. Ah, shit. Du bist nicht auf die Fresse geflogen? Man darf die Dinger nicht berühren, habe ich gewöhnt. Ich habe das mit dem Hinterrad. Da hat er Würde. Da hat er Würde. Und da ist er am Ziel. Und da kommt der Robert schon hinterher geflogen. Ah, weniger Fehler, ne? Dann Würde los. Aber da ist der Tagessieg. Dein Maul. Da ist der Tagessieg. Da ist der Tagessieg. Tschüss.